Herzlich willkommen beim G-Writers Videoblog. G-Writers ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte. Unser heutiges Thema lautet G-Writers Erfahrung und was unsere Kunden an uns schätzen. Oftmals sagt man ja Eigenlob stinkt, aber in diesem Fall müssen wir sagen Eigenlob stimmt. Denn wir tun einiges dafür, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Fangen wir an damit, dass all unsere Autoren wirklich Qualifikationen haben, die von uns geprüft sind in einem mehrstufigen Prozess. Um eine ordentliche G-Writers Erfahrung zu gewährleisten, setzen wir nur Autoren ein, von denen wir auch Arbeitsproben haben, von denen wir die Diploma haben und keine Studenten oder Hobbyschreiber. Wir unterstützen unsere Kunden weiterhin über so gut wie alle Fachbereiche hinweg. Weiterhin sorgen wir dafür, weil ja auch jeder Auftrag individuell ist, dass ihr auch einen individuellen Projektbetreuer bekommt, welcher für euch der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Projektes ist und ein konstanter Ansprechpartner für euch ist. Diesen könnt ihr telefonisch oder per E-Mail erreichen oder auch auf Anfrage auf allen anderen Kommunikationskanälen, mit denen ihr arbeiten möchtet. Jeder Ghostwriter arbeitet sich individuell komplett neu in euer Thema ein, da er eine ausgezeichnete Arbeit abliefern möchte, die auch ein Unikat ist. Weiterhin bieten wir für größere und komplexere Projekte interdisziplinäre Teams aus Ghostwritern, welche sich mit eurem Projekt dann eben beschäftigen. Beispiel dazu wäre Wirtschaftsingenieurwesen, wo wirtschaftswissenschaftliche Ghostwriter mit technischen Experten zusammenkommen, um wirklich eine ausgezeichnete Arbeit zu erstellen. Da unsere Kundenzufriedenheit höchste Priorität hat, bieten wir natürlich auch kostenlose Feedback- und Korrekturschleifen an. Damit ihr eine ausgezeichnete G-Writers-Erfahrung bekommt, habt ihr Mitspracherecht bei allen inhaltlichen Entscheidungen. Ihr bekommt Teillieferungen, könnt damit immer wieder Einblick in den aktuellen Arbeitsstand nehmen und dementsprechend auch Einfluss nehmen. Das Ganze bis zur Abschlusslieferung, die auch noch einmal Korrektur gelesen wird, sodass sichergestellt wird, dass ihr wirklich ein ausgezeichnetes Werk erhaltet. Falls ihr nach alledem immer noch Vorschläge habt für Verbesserungen, sind wir natürlich jederzeit dafür offen. Wir freuen uns auf eure Anfrage und auf eure Kommentare. Vielen Dank!